Schatz, roll das mal weg. Die weiß nicht, was sie verhalten, so weiß sie nicht. Sie ist voll verwirrt. Hey, komm, geht's da. Quietsch mal. Du hast es gerade auch gehabt. Lass mal, lass mal. Schatz, sie ist nicht auf dem Bild. Quetsch nochmal. Ist das ein Video oder was? Die will das Schein an, der hat irgendwie so ein bisschen Angst vor. Videoüberwachung. Schatz, sie muss raus.